Fremde Seele, dunkler Wald von Reinhard Kaiser-Mühlecker. Dieser Mann erzählt von der Gegenwart und doch wirken seine Bücher wie aus einer ganz anderen Zeit. Reinhard Kaiser-Mühlecker, der Bauernsohn aus Oberösterreich und sein Roman Fremde Seele, dunkler Wald. Die Welt, die ich zu beschreiben versuche, eigentlich immer wieder, ist eine, die ich sehr gut kenne, in der ich selber aufgewachsen bin und von der ich immer mehr glaube, dass sie relativ unbekannt ist. Es ist die bäuerliche Welt an einem Mehrgenerationenhof. Doch die Idylle sucht man vergeblich. Ein Vater, der Stück für Stück das Land verschäbelt, der Opa ein Patriarch und mittendrin zwei Brüder. Hin und wieder dröhnte es von der Autobahn her, ansonsten war es sehr ruhig. Ja, die Stille war sogar fast unheimlich, als wäre das Unwetter vom Vorabend nicht einfach bloß ein Unwetter, sondern eine Züchtigung gewesen, die über sie hereingebrochen war. Es sind Figuren, die eingesperrt sind in ihrer Herkunft, in ihrem Glauben. Sie gehen fort und kommen doch nicht voran. Überall, innere Leere, Schweigen. Die neue Zeit rast an ihnen vorbei. Man hat nur eine Sprache, genauso wie man nur eine Herkunft hat. Und man kann sich das nicht aussuchen. Aber man kann es mit Worten bannen. Diesen Menschenschlag, diese archaische Landschaft. So genau und schonungslos, wie er es macht.